hallo und herzlich willkommen zurück zu doom in der hölle so wenn ich schon hier zum suche doch mal diesen sprung ich habe es nicht schaffen können aber weiß vielleicht lernt mich das spiel ne geht nicht unmöglich das ist zu weit hallo jungs super getroffen ok noch mal das ganze spiel ich stehe super ich stehe um eigentlich gut was war es sind beide hier ok der noch was geht ab so das schild holen wir noch hier da unten da habe ich besprungen jetzt wie will man da hinkommen aber echt irgendwie muss das gehen irgendwie gibt es einen trick die ich rausgefunden habe bis jetzt hier wahrscheinlich oder geht nicht weiter tut mir leid aber so offensichtlich rumzustehen das geht gar nicht jetzt aber jetzt kommt der dicke dann gleich wieder den haben wir natürlich nicht getötet das ist echt hier bringt mir echt zur krise wie kommt man da hin da gibt es einen trick gehen wir ihnen da gibt es einen trick da oben durch die plattform das ist ein trick da unten ich lasse mal ich kann wahrscheinlich die zppe und das habe ich auch gar nicht gefunden dann gehen wir weiter wir kommen uns den dicken da unten aber wie ist die kettensäge schon mal wieder vorzurufen ich weiß gar nicht ich weiß nie die steuerung einstellung maustastatur das überlegung ausrüstung kettensäge mit gg wie gettensäge ja ich gettensäge ggg das war so ein ding ja auch mal abmannschen hier gg wie gettensäge ist er jetzt da ist er jetzt wo einmal weg kann man tun tatsächlich einmal weg wo 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 kopf weg das ist krass aber das hier okay okay mache ich das auf und jetzt yes ouch was zwei nee sondern eher das hier emotion der war's und tschüss da kommt schon mein gott jetzt aber auch das ist ja das ist ja das ist das ist ja so nein die würde ich hier zusammenhauen geht es hier auf jetzt haben wir mal zweiter auch so entdeckt aber am anfang der super hero kämpfer und jetzt und hier haben wir ein speichelbuckerei gelbe schädel halten das so wie die gelbe keycard so anscheinend haben wir gerade alles getötet hier musik hat sich wieder ein bisschen normalisiert kurz alles hier aufrüsten ok da war eine blaue keycard da kann man glaube ich runter da typen geht nicht weiter da geht es runter ja doch jetzt nicht weit ok ja wir können nur zurück zurzeit wir können wohl nur zurück da oben war noch was ja das war es denn wohl ok wir hatten irgendwo ein gelbes tor das war da vorne hier oben war das da hat es noch rüstung wieso habe ich die nicht gesehen vorhin wieso können wir hier das haben wir jetzt blaue rüstung ok da werden wir auch später hin müssen wohl das heißt wir kommen zurück ok aber das machen wir hier mit dem gelben schädel mal das tor auf wie geil ist das gemacht ey so ein schluck zinken ok oh oh was das im ersten zeitalter in der ersten schlacht als die schatten lang wurden stand einer aufrecht die seele verbrannt von der glute des armageddon den feuern der hölle und damit zu verdorben für einen aufstieg und so wählte er die ewige qual erfüllt von hass fand er keinen frieden und mit kochendem blut durchschritt er die schatten ebenen voller durst nach rache an den dunklen fürsten die ihm unrecht getan hatten er trug die krone der nachtwächter und jene die den bis seiner klinge spürten nannten ihn den schicksals schlechter ok legende so gibt es hier etwas interessantes ähm was da müsste etwas sein hm keine ahnung vielleicht war es ach hier hier ist das ding ok ich dachte schon hier müsste etwas sein ok jetzt haben wir eine lösung upgrade ähm genau umweltwiese stand scanner ähm verstärker ich würde sagen machen wir die umwelt besser hier stand durch eigene waffe ja genau so jetzt werden wir einen rocket chance machen ohne dass wir gleich sterben so den habe ich ja Kieferbruch der ist tot schon ok anscheinend alle getötet schon wieder ist denn hier unten jemand noch hallo oh oh nein nicht so die ich hasse die wie weg du hast jetzt jetzt das ist mit miss fühling aus der dreck sóle Das ist die Tuch ruschgerade, äh, ruschgerade. Ja, ich hab sie! Oder der, oder er, oder sie, ist das eine Erde? Äh, hab ich da keine, oh, 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 das ist zu viel gerade. Nein, nein, komm! Tschüss! Oh Mann! Wie krass ist das wieder schön! Na komm, stirb! Stirb! Den hab ich erwischt! Ich hab sie in dieser Leben noch! Ja, viel zu viel Leben, ey! Jetzt haben wir sie endlich! Boah! So, wir werden kurz alles hier, die ganze Arena abchecken, damit wir ihnen was verpasst noch! Gut, hier, schauen, wo wir denn hier gerade sind! Da oben sei noch was! Ist das hier in dieser Arena? Ja! Aha, okay, wir laufen da hin gerade! Okay, Kettensägen, Munition! Okay, was kommt jetzt? Oh Mann! Seht ihr gerade, wo wir jetzt stehen? Wir sind genau da, wo wir die ganze Zeit hinwollten! Dieses Podest! Ja, super! Die ganze Anstrengung, umsonst hier hochzukommen! Boah! Aber kurz, gibt's hier noch was, was wir nicht erforscht haben? Da war noch was, das nicht... Wieso ist das Rot? Ich stehe jetzt gar nicht, haben wir es weg verpasst damals! Den Typ haben wir geholt, oder? Oder nicht? Wir haben blauen Schlüsse noch nicht, also wir wissen den noch ohne... Ah, warte, jetzt! Ah, okay! Ah, okay! Es sind teleporter denn! What? Genau! Wir müssen kurz schauen, was wir hier sind geht! Es ist nämlich noch ein Dummy! Ah, wo ist das? Ah, hier! Mein Gott! Yes! Gab's hier einen Speicherpunkt jetzt? Ich habe nicht geschaut! Wir machen noch ein bisschen neuer Speicherpunkt und dann äh... Starten wir neu! Okay, jetzt sind wir wieder hier! Okay! Was ist das schon? Okay! Warst du schon? Woa, ich habe keine Geeken! Yes! Ich habe keine Geeken! Ich habe keine Geeken! Ja, komm schon! Rebuyer, stirb! Oh, zwei! Okay, jetzt nehmen wir die Chap-Pack-Funktion hier raus. Ja, komm schon! Jetzt endlich! Und Kopf weg, oder weniger! Ja, den haben wir! Kann ich ewig im Kreis herren, ohne die Ecke bischen! Okay, hier sind doch noch einige! Okay, da kommt noch so ein Mammut hier! Und die Ozeros! Ja, ja, ja! Ja! Ich habe schon gesagt, du stinkst! So! Oh, Tschüss! Oh, die muss eingehen! Was? Was? Nein! Riff! Oh! Oh! Da ist noch nicht nur einer! Was? Hallo, Kumpel! Wir haben hier! Gut, den haben wir! Nach zwei Reavers! Jetzt gerade, zwei Reapers hier! hier ist was nur einer weniger ok weißt du was ey, oh ne, mit der jetzt reche ich ok so sehr gut Faffenpunkte halten ja, das war doch was na gut, würde ich sagen, dann berne mir diese Folge für heute ich bedanke fürs Zusehen, wenn ihr seht, wie es weitergeht in der Hölle dann schaut unbedingt das nächste Mal wieder ein zu Doom bis dann und tschüss tschüss